2. Kapitel Mbülow, dessen Züge den Ausdruck einer äußersten Überheblichkeit anzunehmen begannen, wollte replizieren, aber Frau von Carillon unterbrach und sagte, »Lernen wir etwas aus der Politik unserer Tage, und wo nicht Friede sein kann, da sei wenigstens Waffenstillstand, auch hier. Und nun raten Sie, lieber Alvensleben, wer heute hier war, uns seinen Besuch zu machen, eine Berühmtheit, und von der Rahelewin uns zugewiesen. Also, der Prinz, sagte Alvensleben, oh nein, berühmter, oder doch wenigstens tagesberühmter, der Prinz ist eine etablierte Zelebrität, und Zelebritäten, die zehn Jahre gedauert haben, sind keine mehr. Ich will Ihnen übrigens zu Hilfe kommen, es geht ins Literarische hinüber, und so möchte ich dennoch annehmen, dass unser Sander das Rätsel lösen wird. »Ich will es wenigstens versuchen, gnädigste Frau, wobei mir Ihr Zutrauen vielleicht eine gewisse Weihekraft, oder, sagen wir es lieber rundheraus, eine gewisse Weihe der Kraft verleihen wird.« »Oh, ja, vorzüglich, ja, Zacharias Werner, der war hier. Leider waren wir aus, und so sind wir denn um den uns zugedachten Besuch gekommen. Ich habe es sehr bedauert.« »Sie sollten sich umgekehrt beglückwünschen, einer Enttäuschung entgangen zu sein,« nahm Bülow das Wort. »Es ist selten, dass die Dichter der Vorstellung entsprechen, die wir uns von Ihnen machen. Wir erwarten einen Olympier, einen Nektar- und Ambrosiamann, und sehen stattdessen einen Gourmand, einen Putenbraten verzehren. Wir erwarten Mitteilungen aus seiner geheimsten Zwiesprache mit den Göttern und hören ihn von seinem letzten Orden erzählen oder gar wohl die allergnädigsten Worte zitieren, die Serenissimus über das jüngste Kind seiner Muse geäußert hat, vielleicht auch Serenissima, was immer das denkbar albernste bedeutet. Aber doch schließlich nichts Alberneres als das Urteil solcher, die den Vorzug haben, in einem Stall oder einer Scheune geboren zu sein, sagte Schachspitz. »Ich muss Ihnen zu meinem Bedauern, mein sehr verehrter Herr von Schach, auch auf diesem Gebiet widersprechen. Der Unterschied, den Sie bezweifeln, ist wenigstens nach meinen Erfahrungen tatsächlich vorhanden, und zwar, wie Sie mir zu wiederholen gestatten wollen, zu Nichtgunsten von Serenissimus. In der Welt der kleinen Leute steht das Urteil an und für sich nicht höher, aber die verlegene Bescheidenheit darin sich skleidet und das stotternde schlechte Gewissen, womit es zu Tage tritt, haben allemal etwas Versöhnendes. Und nun spricht der Fürst. Er ist der Gesetzgeber seines Landes in allem und jedem, in Großen und Kleinen, also natürlich auch in Ästhetizis. Wer über Leben und Tod entscheidet, sollte der nicht auch über ein Gedichtchen entscheiden können? Ah, bah, er mag sprechen, was er will, »Es sind immer Tafeln direkt vom Sinai.« »Ich habe solche zehn Gebote mehr als einmal verkünden hören und weiß seitdem, was es heißt, »Regardez dans les néons.« »Und doch stimme ich dem Mama bei«, bemerkte Victoire, der daran lag, das Gespräch auf seinen Anfang, auf das Stück und seinen Dichter also, zurückzuführen. »Es wäre mir wirklich eine Freude gewesen, den tagesberühmten Herrn, wie Mama ihn einschränkend genannt hat, kennenzulernen. Sie vergessen, Herr von Bülow, dass wir Frauen sind und dass wir als solche ein Recht haben, neugierig zu sein. An einer Berühmtheit wenig Gefallen zu finden, ist schließlich immer noch besser, als sie gar nicht gesehen zu haben. Und wir werden ihn in der Tat nicht mehr sehen, in aller Bestimmtheit nicht,« fügte Frau von Carillon hinzu. »Er verlässt Berlin in den nächsten Tagen schon und war überhaupt nur hier, um den ersten Proben seines Stückes beizuwohnen.« »Was also heißt,« warf Allens Leben ein, »das an der Aufführung selbst nicht länger mehr zu zweifeln ist?« »Ich glaube, nein, man hat den Huf dafür zu gewinnen oder wenigstens alle beigebrachten Bedenken niederzuschlagen gewusst.« »Was ich unglaublich finde,« fuhr Alvens Leben fort. »Ich habe das Stück gelesen. Er will Luther verherrlichen und der Pferdefuß des Jesuitismus guckt überall unter dem schwarzen Doktarmantel hervor. Am rätselhaftesten aber ist es mir, dass sich Ifland dafür interessiert. Ifland, ein Freimaurer!« »Woraus ich einfach schließen möchte, dass er die Hauptrolle hat,« erwiderte Sander. »Unsere Prinzipien dauern gerade so lange, bis sie mit unseren Leidenschaften oder Eitelkeiten in Konflikt geraten und ziehen dann jedes Mal den Kürzeren. Er wird den Luther spielen wollen und das entscheidet.« »Ich bekenne, dass es mir widerstrebt, die Gestalt Luthers auf der Bühne zu sehen, oder gehe ich darin zu weit?« Es war Alvens Leben, an den sich die Frage gerichtet hatte. »Zu weit?« »Oh, meine teuerste Victoire, gewiss nicht.« »Sie sprechen mir ganz aus dem Herzen. Es sind meine frühesten Erinnerungen, dass ich in unserer Dorfkirche saß und mein alter Vater neben mir, der alle Gesangbuchsverse mitsang, und links neben dem Altar, da hing unser Martin Luther in ganzer Figur, die Bibel im Arm, die Rechte darauf gelegt, ein lebensvolles Bild und sah zu mir herüber. Ich darf sagen, dass dies ernste Mannes Gesicht an manchem Sonntage besser und eindringlicher zu mir gepredigt hat, als unser alter Kluckhuhn, der zwar dieselben hohen Backenknochen und dieselben weißen Bäffchen hatte wie der Reformator, aber auch weiter nichts, und diesen Gottesmann, nach dem wir uns nennen und unterscheiden und zu dem ich nie anders als in Ehrfurcht und Andacht aufgeschaut habe, den will ich nicht aus den Kulissen oder aus seiner Hintertür treten sehen, auch nicht, wenn Ifland ihn gibt, den ich übrigens schätze, nicht bloß als Künstler, sondern auch als Mann von Grundsätzen und von guter preußischer Gesinnung. »Pectus facit oratore«, versicherte Sander, und Victoire jubelte. Mbülo aber, der nicht gern neue Götter neben sich duldete, warf sich in seinen Stuhl zurück und sagte, während er sein Kinn und seinen Spitzbart strich, »Es wird Sie nicht überraschen, mich im Dissens zu finden.« »Oh, gewiss nicht«, lachte Sander. »Nur dagegen möchte ich mich verwahren, ob ich durch einen solchen Dissens irgendwie den Anwalt dieses pfeffischen Zacharias Werner zu machen gedächte, der mir in seinen mystisch-romantischen Tendenzen einfach zuwider ist. Ich bin niemandes Anwalt.« »Auch nicht Luthers?« fragte Schach ironisch. »Auch nicht Luthers.« »Ein Glück, dass er dessen entbehren kann.« »Aber auf wie lange«, fuhr Bülow sich aufrichtend fort, »Glauben Sie mir, Herr von Schach, auch er ist in der Dekadence, wie so viele anderes mit ihm, und über ein Kleines wird keine Generalanwaltschaft der Welt ihn halten können.« »Ich habe Napoleon von der Episode Preußen sprechen hören,« erwiderte Schach. »Wollen uns die Herren Neurer und Herr von Bühle an ihrer Spitze vielleicht auch mit einer Epsisode Luther beglücken?« »Es ist so. Sie treffen es.« »Übrigens sind nicht wir es, die dies Episodentum schaffen wollen. Dergleichen schafft nicht der Einzelne. Die Geschichte schafft es. Und dabei wird sich ein wunderbarer Zusammenhang zwischen der Episode Preußen und der Episode Luther herausstellen.« »Es heißt da auch wieder, sage mir, mit wem du umgehst, und ich will dir sagen, wer du bist.« »Ich bekenne, dass ich die Tage Preußens gezählt glaube, und wenn der Mantel fällt, muss der Herzog nach.« »Ich überlasse es Ihnen, die Rollen dabei zu verteilen.« »Die Zusammenhänge zwischen Staat und Kirche werden nicht genugsam gewürdigt. Jeder Staat ist in gewissem Sinne zugleich auch ein Kirchenstaat. Es schließt eine Ehe mit der Kirche und soll diese Ehe glücklich sein, so müssen beide zueinander passen. In Preußen passen sie zueinander. Und warum? Weil beide gleich dürftig angelegt, gleich eng geraten sind. Es sind Kleinexistenzen, beide bestimmt in etwas Größerem auf- und unterzugehen, und zwar bald.« »Hannibal Ante Portas.« »Ich glaubte, Sie dahin verstanden zu haben,« erwiderte Schach, »dass uns Graf Hauquitz nicht den Untergang, wohl aber die Rettung und den Frieden gebracht habe.« »Das hat er, aber er kann unser Geschick nicht wenden, wenigstens auf die Dauer nicht. Dies Geschick heißt Einverleibung in das Universelle. Der nationale wie der konfessionelle Standpunkt sind hinschwindende Dinge. Vor allem aber ist es der preußische Standpunkt und sein alter Ego der lutherische. Beide sind künstliche Größen. Ich frage, was bedeuten sie? Welche Mission erfüllen sie? Sie ziehen Wechsel aufeinander. Sie sind sich gegenseitig Zweck und Aufgabe. Das ist alles. Und das soll eine Weltrolle sein? Was hat Preußen der Welt geleistet? Was finde ich, wenn ich nachrechne? Die großen blauen, König Friedrich Wilhelms I., den eisernen Ladestock, den Zopf und jene wundervolle Moral, die den Satz erfunden hat, »Ich habe ihn an die Krippe gebunden, warum hat er nicht gefressen?« Gut, gut, aber Luther? Nun wohl denn. Es geht eine Sage, dass mit dem Manne von Wittenberg die Freiheit in die Welt gekommen sei. Und beschränkte Historiker haben es dem norddeutschen Volke so lange versichert, bis man's geglaubt hat. Aber was hat er denn in Wahrheit in die Welt gebracht? Unduldsamkeit und Hexenprozesse, Nüchternheit und Langeweile. Das ist kein Kitt für Jahrtausende. Jener Weltmonarchie, der nur noch die letzte Spitze fehlt, wird auch eine Weltkirche folgen, denn wie die kleinen Dinge sich finden und im Zusammenhang stehen, so die großen noch viel mehr. Ich werde mir den Bühnenluther nicht ansehen, weil er mir in dieses Herrn Zacharias Werner Verzerrung einfach ein Ding ist, das mich ärgert. Aber ihn nicht ansehen, weil es Anstoß gebe, weil es Entheiligung sei, das ist mehr, als ich fassen kann. Und wir, lieber Bülow, unterbrach Frau von Carajon, wir werden ihn uns ansehen, trotzdem es uns Anstoß gibt. Victoire hat recht, und wenn bei Ifland die Eitelkeit stärker sein darf als das Prinzip, so bei uns die Neugier. Ich hoffe, Herr von Schach und Sie, liebe Alvensleben, werden uns begleiten. Übrigens sind ein paar der eingelegten Lieder nicht übel. Wir erhielten sie gestern. Victoire, du könntest uns das ein oder andere davon singen. Ich habe sie kaum durchgespielt. Oh, dann bitte ich um so mehr, bemerkte Schach. Alle Salon-Virtuosität ist mir verhasst. Aber was ich in der Kunst liebe, das ist ein solches poetisches Suchen und Tappen. Bülow lächelte vor sich hin und schien sagen zu wollen, ein jeder nach seinen Mitteln. Schach aber führte Victoire an das Klavier und dieses sang, während er begleitete. Die Blüte, sie schläft so leis und lind, wohl in der Wiege von Schnee. Einlullt sie der Winter, schlaf eingeschwind, du blühendes Kind. Und das Kind, es weint und verschläft sein Weh, und der Niedersteigen aus duftiger Höhe, die Schwestern und lieben und blühen. Eine kleine Pause trat ein und Frau von Carillon fragte, Nun, Herr Sander, wie besteht es vor Ihrer Kritik? Es muss sehr schön sein, antwortete dieser. Ich verstehe es nicht, aber hören wir weiter, die Blüte, die vorläufig noch schläft, wird doch wohl mal erwachen. Und dann kommt der Mai, dann wieder so lind, dann bricht er die Wiege von Schnee, Er schüttelt die Blüte, wach aufgeschwind, du welkendes Kind. Und es hebt die Äuglein, es tut ihm weh, und steigt hinauf in die leuchtende Höhe, wo strahlend die Brüderlein blühen. Ein lebhafter Beifall blieb nicht aus, aber er galt ausschließlich Victuaren, und der Komposition, und als schließlich auch der Text an die Reihe kam, bekannte sich alles zu Sanders' ketzerischen Ansichten. Nur Bülow schwieg, er hatte, wie die meisten mit Staatenuntergang beschäftigten Frondeurs, auch seine schwachen Seiten, und eine davon war durch das Lied getroffen worden. An dem halb umwölkten Himmel draußen funkelten ein paar Sterne, die Mondsichel stand dazwischen, und er wiederholte, während er durch die Scheiben der hohen Balkontür hinaufblickte, wo strahlend die Brüderlein blühen. Wieder Wissen und Willen war er ein Kind seiner Zeit und romantisierte. Noch ein zweites und drittes Lied wurde gesungen, aber das Urteil blieb dasselbe. Dann trennte man sich zu nicht allzu später Stunde.